Der fantastische Freitag Louis, ich bin super Er ist in super Schwierigkeiten, wie man es auch dreht und wendet Ich bin nicht klar, Kent, ihr ist nur ein Freund von mir, das ist alles Meine Mom und Dad sind gekippt, denn so Deswegen hast du den Jubiläu ausgehauen? Ja Superman, morgen, 20.15 Uhr auf ProSieben Untertitelung des ZDF, 2020